Heute schließen wir Avengers Infinity War ab und zwar mit den Easter Eggs-Anspielungen der Post-Credit-Szene und dem Stan Lee-Cameo. Los geht's! Fangen wir mit der Szene des Altmeisters direkt an. Stan Lee war in diesem Film der Busfahrer von Peter Parker, als das Raumschiff von Ebony Moore über New York auftauchte. Ganz lässig fragte er die Schüler, Was nicht nur wunderbar zum klassischen MCU-New Yorker, sondern eben auch perfekt zu Stan the Man passt. Ganz toller Cameo. Als der Hulk in Sanctum Sanctorum stürzt, haben wir, wie schon im Trailer erwähnt, eine MCU-Fassung der Ankunft des Silver Survers, der die Welt vor Thanos' Plan warnt. Ebony Maws unterwürfiges My humble personage bows before your grandeur ist eine wunderbare Kopie der Aussage von Mephisto. Ein doppeltes Easter Egg steckt im Tod von Vision, zum einen eine tolle Variante des Panels, wo Thanos ihm seine Tech-Teile aus dem Körper zieht, zum anderen verliert Vision in diesem Zuge seine Farbe und wir bekommen zum ersten Mal die Comic-bekannte komplett weiße Fassung der Figur. Wie im Quellmaterial wird Nebula von Thanos gefoltert, schaut nur etwas anders aus, weil die Figurenfassungen Materialunterschiede besitzen. Auch die Reality-Attacken auf Mantis und Trax sind super übersetzte Panels, im Original waren es Nebula und Eros, die zu Bändern bzw. Blöcken verwandelt wurden. Spider-Man durfte Thanos mit seinem Web-Attackieren auch passend umgesetzt. Wir hatten zwei vorzeitige Teaser zum Thanos-Snap, bevor er dann in Wakanda im letzten Moment den universalen Fingerschnipps liefert und uns Fans damit in eine kurzfristige Depression geschickt hat. Abgeschlossen wurde der Film mit einem zufriedenen Thanos, der scheinbar in seiner wiederbelebten Heimat Titan dabei zusah, wie die Sonne über einem nun korrigierten Universum wieder aufging. Das war eine sehr schöne Variante der finalen Seiten des Infinity Gauntlets, wo Thanos sich als Farmer an einem abgelegenen Ort zurückgezogen hat und die Ruhe genießt. Es gab einige weitere allgemeine Comic-Elemente. Bucky Barnes wurde erneut als White Wolf bezeichnet, was unsere Vermutungen von Black Panther weiter unterstützt. Letztendlich haben wir dann doch mal noch unsere Iron Spider bekommen. Doctor Strange hatte im Sanctum Sanctorum kurz damit zu kämpfen, dass sich Tony Stark am Cauldron of the Cosmos dehnte. Der neue Look von Romanoff sollte als leichte Anspielung zu einer anderen Black Widow verstanden werden. Und zwar geht es hier um Jelena Belova, die diesen Widow-Style gerockt hat. Der Traum von Tony, in dem es um eine mögliche Schwangerschaft geht, ist insofern interessant, weil sie darin das Kind Morgan genannt hätten. Und Morgan Stark ist in den Comics sein Cousin, der von Neid und Hass geplagt mehrfach Attacken gegen Tony geführt hat. Zu sehen, wie Strange von Mor gefoltert wird, ist auch nicht unbedingt was Neues, weil Strange bereits in den Comics für einige Zeit unter der harten Kontrolle von Ebony Maw stand. Der Bart von Steve Rogers kommt auch nicht von ungefähr. In der Vergangenheit hat er sich ziemlich genau diesen Style nämlich schon mal wachsen lassen. Wir erfahren früh von Thanos, dass Xandar von ihm schon heimgesucht wurde. Diese Zerstörung könnte durchaus als Foreshadowing betrachtet werden und letztendlich die Annihilation für das Space MCU bringen, was nicht allzu unwahrscheinlich ist. Thanos wird auf Wormir vom Stonekeeper als Sohn of Aelars bezeichnet. Es handelt sich hierbei nicht nur um ein Shoutout für seinen Vater und damit allgemein für seine Familie, also auch seinen Bruder Starfox, sondern hier wird auch das Konzept der Eternals bereits angeteast, zu denen Aelars natürlich gehört. Im Kampf gegen Thanos nutzte Stephen Strange zwei sehr bekannte Zauber, und zwar zum einen endlich die Crimson Bands of Sidorak und dann noch die Images of Icon. Und wir durften wohlmöglich einen Blick in die MCU Soulworld werfen. Der Moment, nachdem Snap als Thanos in einer anderen Dimension mit der kleinen Gamora spricht. Hier handelt es sich wohl eben um diese Infinity-Gem-Welt, die es noch zu ergründen gilt. Kulturelle Elemente gab es natürlich auch. Crude spielte das Arcade-Game Defender. Tony Stark verglich Ebony Maw bei seiner Ankunft mit der bekannten und beliebten SpongeBob-Figur Tadeus. Spider-Man ließ es sich nicht nehmen, zwei Oldschool-Produktionen zu verbauen, einmal im Raumschiff von Maw, als er vorschlägt, im Stile dieses ganz alten Filmes Alien, ein Loch in die Wand zu reißen, welches Maw raussaugen und beseitigen würde. Was ja dann auch ganz gut geklappt hat. Davor brachte er schon den Spruch I'm being beamed up, als er in das gleiche Raumschiff hochgezogen wurde. Es ist also auch was für Star Trek-Fans dabei. Der Schutzzauber auf dem Eye of Agamotto erinnert bei der Berührung durch Maw an den Schutzeffekt des Medaillons in Raiders of the Lost Ark, Quill kann seine Liebe für Kevin Bacon und Footloose einfach nicht zurückhalten, wobei die Unterhaltung erst so richtig gut wurde, als er fragt, ob es noch immer der beste Film aller Zeiten sei und Parker dann antwortet, dass er es niemals war. Als Star-Lord Thanos zum ersten Mal sieht, vergleicht er ihn mit dem alten McDonald's-Maskottchen Crimass, der ursprünglich sogar als Evil Crimass eingeführt wurde, was doch sehr passend scheint. Viele von euch werden den aber wahrscheinlich nicht mal mehr kennen. Stark vergleicht Quill dann mit Flash Gordon, wo er wesentlich richtiger liegt, als er das zu diesem Zeitpunkt wissen konnte, denn die Origin-Stories der beiden Figuren haben deutliche Parallelen. Ein schönes Detail wurde im Abspann bestätigt, was nur wenige im Film selbst direkt finden konnten, und zwar gab es beim Collector in der Sammlung eine Figur aus Arrested Development. Die Russos haben einige Episoden dieser Show geleitet und konnten hier den im Original von David Cross gespielten, komplett blauen Tobias Fünke verbauen. Und dann gibt es noch die letzten Worte von Peter Parker, dieses I'm not ready, I don't want to go, war an sich schon herzzerreißend. Es wurde aber noch ein bisschen härter, wenn man die Doctor Who-Regeneration-Szene mit unserem Purple Man-Darsteller David Tennant im Kopf hat, der am Ende nämlich hoch traurig auch einfach nicht gehen wollte. Abgesehen davon, dass Infinity War natürlich das Zusammenkommen aller bisherigen MCU-Teilwelten ist, hatten wir noch ein paar erwähnenswerte Callbacks und Easter Eggs zum MCU. Direkt zu Beginn hören wir den Regisseur des ersten Thor-Films, Kenneth Branagh, der ein Notsignal für die Flüchtlinge Asgards ins All schickt, als Thanos mit seinem Raumschiff die Attacke beginnt. Der Spidey Sense konnte im MCU zum ersten Mal richtig beobachtet werden, als sich die Armhaare von Peter aufstellten und er sich perfekt in Richtung der Gefahr drehte. Loki konnte bei der Konfrontation mit Thanos zu Beginn die alte Zeile We Have a Hulk aus The Avengers nutzen, die Stark damals gegen ihn gebracht hat. Wir durften sehen, dass ähnlich wie Loki auf der Erde Thanos selbst in der Vergangenheit mit den Chitauri die Heimat von Gamora überfiel und attackierte. Als Maws Raumschiff von der Erde abdüst und Tony mit Peppert ein letztes Telefonat führt, wurde jedoch tatsächlich im Hintergrund ein Titel aus dem Captain America The First Avengers Soundtrack genutzt, und zwar This Is My Choice, was dem Ganzen noch so viel mehr Bedeutung gibt, weil das in Captain America zur Szene gehörte, wo Steve das Flugzeug zum Absturz brachte. Hier haben wir eine ähnlich emotionale Situation, die Starks heroische Entscheidung in diesem Film noch deutlicher macht, und das mit der Grundidee von Cap. Hashtag Team Iron Cap. Noch immer keine Spur von Beta Ray Bill, aber dafür ist Stormbreaker als Art Ultimate Mjolnir jetzt in den Händen des Odinson, und es macht unglaublich Spaß zu sehen, was er mit seiner neuen Waffe so anstellt. Auf der Reise nach Nedavalea und auf dem Schlachtfeld in Wakanda dürften wir dann bei Rocket noch erleben, dass nicht einmal eine Gefahr wie Thanos seine Leidenschaft für Prothesen und technische Körperteile aller Art stoppen kann. Nun fehlt nur noch die Post-Credit-Scene. Maria Hill und Nick Fury fahren durch New York, wir dürfen hören, dass die beiden die aktuellen Entwicklungen so gut wie möglich überwachen lassen und dass von Stark noch immer keine Spur zu finden sei. Als plötzlich ein Wagen aus der Gegenspur in ihre Fahrbahn zieht. Sie steigen aus und wollen nach dieser Person sehen, nur um festzustellen, dass das Auto leer ist. Dieser Moment fand also kurz nach dem Snap von Thanos in Wakanda statt. Hier rollte die Verpuffwelle über die Erde. Maria Hill wurde dann davon erfasst und verschwand. Auch Fury spürte scheinbar, dass er nicht mehr lange hatte. Er eilt zum Auto, holt einen Pager raus und drückt dieses Alien-Tech-artige Gerät, bevor er sich selbst auflöst. Der Pager fällt auf den Boden, nach wenigen Momenten leuchtet auf dem kleinen Display ein bekannter Stern in wohlbekannten Farben auf. Fury hatte es also gerade noch geschafft, ein Notfallsignal abzusetzen, das keine geringere Figur als unsere Captain Marvel Carol Danvers erreichen wird. Hier wird der Captain Marvel-Film angeteased, aber auch ihr Mitwirken in Avengers 4 bestätigt. Das war's dann auch für heute. Lasst einen Daumen da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Vielen Dank fürs Reinschalten. Macht's gut. Caps out. Einen Daumenker gut.